Hallo ihr Lieben! Na seid ihr auch so richtig in Sommerstimmung? Ich habe drei richtig coole Sommer-DIY-Spiele für euch. Für die nächste Grillparty oder einfach zu Hause. Wir machen DIY wiederverwendbare Wasserbomben, ein Tic-Tac-Toe-Spiel zum ganz einfach mitnehmen und so ein cooles Flaschenspiel. Für das erste DIY braucht ihr Spülschwämme, außerdem noch Gummibänder und dann habt ihr auch schon fast alles. Ihr braucht nur noch eine Schere und schon könnt ihr starten. Die Spülschwämme müsst ihr jetzt in ca. 2 cm große Streifen schneiden. Das geht natürlich nicht genau. Ihr könnt es auch mit dem Lineal abmessen, aber ich schneide einfach mal drauf los und versuche, dass die so ungefähr gleich breit sind. Meistens kommen diese Spülschwämme ja auch schon in verschiedenen Farben. Das macht dann noch viel mehr Spaß, wenn ihr die Wasserbomben so richtig schön bunt macht. Deswegen nehme ich jetzt auf jeden Fall auch noch Grün. So, wenn ihr dann genügend Streifen geschnitten habt, geht's ans Basteln der Wasserbomben. Für eine Wasserbombe immer so 7 bis 8 Streifen nehmen und daraus bekommt ihr dann 2 Wasserbomben. Also ihr seht schon, ihr müsst gar nicht so viele Schwammzücher zerschnibbeln, um ganz schön ordentlich Wasserbomben zu bekommen. Die Streifen legt ihr jetzt einmal übereinander und zerschneidet sie nochmal in der Hälfte. Wenn ihr nicht alle auf einmal durchbekommt, dann nehmt sie einzeln. Von den halbierten nehmt ihr jetzt 6 bis 8. Ich habe jetzt hier 8 Stück. Und dann nehmt ihr euch ein Gummiband dazu, wickelt das einmal in der Mitte drum, ruhig richtig schön festbinden. Und damit daraus jetzt noch eine Wasserbombe wird, müsst ihr das noch so ein bisschen verdrehen, damit das so in alle Richtungen absteht. Und fertig ist eure DIY wiederverwendbare Wasserbombe. Ich habe jetzt gerade mal noch ein paar mehr gemacht. Jetzt könnt ihr die nämlich einfach in einen Eimer mit Wasser tauchen oder in den nächstbesten See. Und die speichern richtig viel Wasser. Damit könnt ihr jetzt irgendjemanden abschießen. Also wer ist euer erstes Opfer? Für das zweite Sommer-DIY braucht ihr leere Flaschen, ein bisschen Acrylfarbe, einen Pinsel dazu und dann noch irgendeine Kiste. Es kann auch ein alter Karton sein, wo wir das Ganze dann gleich reinstellen. Erstmal müssen die Etiketten von den Flaschen weg. Am besten legt ihr die dafür in warmes Wasser. Da reichen fünf bis zehn Minuten und dann könnt ihr die ganz einfach ablösen, trocknen lassen und dann könnt ihr diese Flaschen richtig einfach mit Acrylfarbe bemalen. Ich habe mir jetzt so richtig schön sommerliche Farben ausgesucht. Ich fange mal mit so einer Rot an. Und dann gehe ich einfach mit der Farbe auf die Flasche. Vielleicht ist eure Farbe, wie ihr das bei mir hier auch seht, nicht gleich am Anfang deckend, aber dann macht ihr einfach zwei Schichten, lasst es zwischendrin ein bisschen trocknen und dann habt ihr so richtig schön kräftig angemalte Flaschen. Insgesamt braucht ihr so sechs bis acht Flaschen. Je nachdem, wie groß eure Kiste ist, am besten füllen die Flaschen die Kiste dann aus. Und mein Pinsel ist ein bisschen klein, stelle ich gerade fest. Also falls ihr einen großen Pinsel habt, umso besser, dann kommt ihr schneller voran. Aber auch mit dem kleinen Pinsel geht das natürlich. So, das Ganze lasse ich jetzt trocknen. Am besten natürlich immer über Nacht, falls ihr nicht so lange warten wollt. Vier bis fünf Stunden reichen bestimmt auch aus. Bis die Farbe trocken ist, dann könnt ihr noch mal eine zweite Schicht drüber geben oder es auch einfach so lassen. Ich werde jetzt mal weitermachen und die restlichen Flaschen bemalen und dann sehen wir uns gleich wieder. Wenn meine Flaschen trocken sind, dann können wir nämlich weitermachen. Und so schnell kann es im Video gehen. Meine Flaschen sind jetzt trocken. Ich habe mich für orange, grün und blaue Flaschen entschieden. Und das wird jetzt nämlich unser Flaschenspiel. Diese Flaschen müssen jetzt einfach nur noch in die Kiste. Die könnt ihr so richtig schön bunt durcheinander drapieren. Und das könnt ihr jetzt in ein bisschen Entfernung aufstellen. Vorher vielleicht noch ausmachen, ob die verschiedenen Farben unterschiedliche Punkte geben. Und dann braucht ihr nur noch was zu werfen. Vielleicht habt ihr irgendwie einen Holzring oder irgendwas über. Ich hatte jetzt hier so einen Styroporring bei meinen Bastelsachen gefunden. Und dann könnt ihr euch in Teams aufteilen, für euch selber spielen, in Gruppen spielen, wie ihr möchtet. Von ein bisschen Entfernung den Ring schmeißen, der dann hoffentlich über einer Flasche landet. Und dann gibt es zum Beispiel 10 Punkte für Grün. Die könnt ihr euch notieren. Und dann habt ihr so einfach ein richtig cooles DIY-Sommerspiel, das ihr auch einfach auf die nächste Grillparty mitbringen könnt. Für das dritte Sommer-DIY braucht ihr solche Stoffbeutel. Außerdem Bierdeckel. Vielleicht habt ihr ja auf der letzten Grillparty ein paar übrig gelassen. Ansonsten gibt es die auch im Bastelbedarf. Dann brauchen wir Filzstifte. Am besten solche Textilmarker, weil wir ja auf die Beutel malen. Ein Lineal, außer ihr könnt freihändig ganz gut Linien zeichnen. Und ein bisschen Acrylfarbe. Okay, wir fangen mal mit den Bierdeckeln an. Ihr braucht 10 Stück und jeweils 5 malt ihr davon in der gleichen Farbe an. Ich beginne mal mit den blauen. Wie immer, wenn ihr Acrylfarbe benutzt, schaut, wie deckend eure Farbe ist, wie es euch gut gefällt. Wenn sie nicht so ganz deckend ist, könnt ihr das Ganze auch erst mal ein bisschen antrocknen lassen und dann mit einer zweiten Schicht drüber gehen. So, schön in die Grillen hier rein. Und einmal zum Trocknen. Vielleicht seid ihr ja bald auf einer Grillparty eingeladen oder veranstaltet selber eine. Dann ist das einfach das perfekte Spiel zum Mitbringen. Das ist so handlich und passt in jede Tasche mit rein. Und das macht einfach super viel Spaß. So, meine Bierdeckel sind mittlerweile getrocknet. Ich habe jetzt 5 rote und 5 blaue. Und jetzt fehlt noch die Gestaltung von unserem Jutebeutel. Wir machen ja das Tic-Tac-Toe-Spiel. Das heißt, wir zeichnen jetzt erst mal die Linien auf. Ich habe das jetzt nicht extra ausgemessen, wie breit die Felder sind. Das kann man natürlich machen, damit die alle gleich groß sind. Ich fand es aber ganz cool, das auch so ein bisschen freie Hand zu machen, damit das so den Charme hat von einem DIY und man auch sieht, dass man das selber gemacht hat. So, und jetzt könnt ihr das Ganze noch verziehen. Ich glaube, ich mache jetzt noch ein bisschen sommerliche Herzchen drauf. Oder eine Sonne vielleicht. Wenn ihr Textilfarben nutzt, dann könnt ihr das Ganze auch super in die Wäsche geben. Dann müsst ihr mal ein bisschen draufschauen, was auf eurer Packung steht. Ich glaube, bei meinen ist es jetzt so, dass man das erst mal 24 Stunden trocknen lassen sollte, bevor man das wäscht. Aber dann bleibt die Farbe einfach drin. So, das ist jetzt meine Spielfläche. Und hinten schreibe ich jetzt, glaube ich, noch Tic-Tac-Toe drauf. Und ihr seht schon, ich habe jetzt nichts dazwischen gelegt. Da müsst ihr immer aufpassen, wenn ihr auf Textil schreibt oder malt. Falls ihr auf Nummer sicher gehen wolltet, dann legt am besten irgendwie eine alte Zeitung rein oder ein Stück Papier. Dann drückt ihr auf gar keinen Fall was durch. Und falls es euch doch passiert ist, dass was durchgedrückt ist, dann verziert das einfach mit Herzen oder mit Sonnen. Dann fällt das keinem mehr auf. So, das ist jetzt meine Rückseite vom Beutel. Das ist die Vorderseite, das Spiel. Und das Beste ist jetzt, dass ihr eure Spielutensilien, nämlich die Korken, einfach im Beutel aufbewahren könnt, zumachen und einfach mitnehmen. Und wenn ihr dann Lust habt zu spielen, auf eurer Grillparty oder wo auch immer, dann holt ihr eure Bierdecke raus und los kann der Spielspaß beginnen. Und so einfach habt ihr drei richtig coole DIY-Spiele für den Sommer gebastelt. Ich möchte jetzt am liebsten losziehen und mir ein paar Freunde schnappen und die Spiele spielen oder jemanden mit den Wasserbomben abschmeißen.